HR-Transporte SVS Power Tool Ich frage an den Jürgen, wie sieht es mit Sponsor aus? Hauptsponsor, Co-Sponsor, wie läuft da die Entwicklung jetzt im neuen Umfeld? Na gut, ist er in Front da. Ja, in der nächste Sitzung wir dann in die Zelle einsteigen. Ich sag mal so, mit dem Hauptsponsor-Trikotsponsor sind wir eigentlich bis ein paar Vertragsluancen schon recht weit. Ich bin da optimistisch, dass wir da übernächste Woche, wenn es jetzt so weiter läuft, bis jetzt im Moment gerade sich in den Terminen ergeben hat, dass wir da bis übernächste Woche klar sind. Bei den Co-Sponsoren kommt jetzt eins zum anderen, auch überregionale Firmen, aber auch, muss ich ehrlich sagen, in den Bereich der Premium-Partner ist es so, dass viele Firmen, die schon lang bei uns sind, auch ihr Engagement einspricht werden. Also wir sind da auf einem guten Weg, aber noch lange dauern wir nicht. Die Logen sind jetzt alle verkauft? Die Logen stand heute noch eine frei, aber die gibt es aber zwei Interessenten. Eine von sieben? Eine von neun. Eine von neun. Was geht da rein? Zehn. 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 Vielen Dank.